Ohne Kopfschutz. So, im Finalkampf der VNC-Klasse bis 54 Kilogramm stehen sie gegenüber in der roten Ecke Liliane Kuczynski von Werder-Wassbord und in der blauen Ecke Carina Perkolde, PSV Bochum. Dieser Kampf geht über vier Runden, ah, zwei Minuten. Drei, zwei und eins. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist neutral. 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 Das ist neutral.